Diese hier angebotene E1,5 Zimmer Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 30 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 590 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.